Das Wichtigste, wenn ich am Bach bin, ist einfach ein guter Campingstuhl. Ein kleiner Teil Luxus, den ich mir hier bei Bach-Aufwertungen gebe. Und ich brauche ihn effektiv, weil ich zwischendurch, wenn ich nicht am Bach bin, einfach nebenan meine Gedanken zu solchen Sachen kreisen lassen kann. Für das Helinox, top! Die Sonnenbrille, die polarisierte, brauche ich am Bach, um Kontrast erkennen zu können. Unter anderem auch Fische, abgesehen vom Sonnenschutz. Die Jacke ist geboren für mich. Abrasiv, mit dieser kann man bügeln. Wenn es mal ein Löcher gibt, weiss ich wie ich reparieren. Und hat schon die ersten Spuren. So soll es sein. Für alle, die minimalistisch unterwegs sind, auch beim Wandern, mal den Bach überqueren, Openair-Festival. Das ist mein Lightweight-Boot. So schwer wie eine Trinkflasche. Zack! Und wasserdicht. Bis da oben.